Wie Netzwerksicherheit im Produktionsumfeld richtig funktioniert. Natürlich schützen Sie Ihr Produktionsnetzwerk bestmöglich vor Bedrohungen. Doch 100%igen Schutz gibt es nicht. Beispielsweise kann ein Trojaner über einen unbekannten Netzwerkteilnehmer eingeschleust werden. Bei der Vielzahl an Komponenten im Netzwerk ist eine schnelle Lokalisierung des Problems schwierig. Im schlimmsten Fall steht Ihre Produktion komplett still. Dieses Restrisiko ist unvermeidbar, aber Sie können es beherrschbar machen. Wir von der DDS-Netcom AG helfen Ihnen dabei, das Problem frühzeitig zu erkennen und einen Produktionsstillstand zu vermeiden. Wir minimieren die Angriffsfläche, indem wir gemeinsam mit Ihnen Ihr Produktionsnetzwerk in Sicherheitsstufen einteilen. Zugeschnitten auf Ihre besonderen Anforderungen und Prioritäten. Durch passives Mitlesen lernt unsere Software alle Netzwerkteilnehmer und deren Kommunikationsverbindungen kennen. Aus diesen Daten entsteht ein Blueprint Ihres Netzwerkes. So kennt unsere Software, ohne selbst aktiv einzugreifen, Ihren Normalbetrieb und alarmiert sofort über Abweichungen vom Blueprint mit detaillierten Informationen. Zum Beispiel, wo die festgestellte Bedrohung liegt und wie sie behoben werden kann. So können Sie gezielt handeln und wenn nötig schnell reagieren und auf der Grundlage von konkreten Informationen entscheiden, ob tatsächlich eine Bedrohung vorliegt und wie diese zu behandeln ist. Unsere Lösung liefert alle relevanten Informationen, die Sie beispielsweise für ein Audit benötigen. Gehen Sie jetzt mit uns einen Schritt weiter, denn wir bieten nicht noch einen Schutz. Wir bieten Sicherheit für Ihr Netzwerk.